Willkommen zurück im Verbotenen Westen. Ich steige jetzt auf den Krallenschreiter und dann geht es weiter mit der Hauptgeschichte. Dazu müssen wir uns natürlich zurück in den Gedenkheim begeben. Der ist irgendwo da vorne, ganz vorsichtig. Hier sind noch Feuerreißhörner. Wir wollen jetzt einen Kampf unbedingt vermeiden. Wo ist denn der Gedenkheim? Da hinten? Echt jetzt? Achso, ich muss da lang. Ja, okay. So, schreiten wir mal hier durch. Da ist der Gedenkheim. Echt eine geile Nummer, dass wir jetzt dieses Reit hier haben. Übrigens, ja, ich habe mich mal informiert. Wir können uns im späteren Spielverlauf auch noch was Geileres freuen. Und zwar werden wir ein Flugreittier bekommen. Dann pfeifen wir. Und dann kommt eine Flugmaschine an. Und da können wir uns draufsetzen und mit durch die Welt fliehen. Aber das Ganze wird natürlich mit der Hauptgeschichte freigeschaltet. Ah ja, Kotalo ist der auch, okay. Das ist ja unser vorrangiges Ziel. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena. Hinter dem Thron. Echt, ja. Ein Arena-Kampf. Oh yeah. Ah, das wird bestimmt nicht so leicht. Wo komme ich denn da hin? Wir checken mal alles erstmal mit dem Fokus. Ah, hier ist bestimmt noch irgendwo was. Ja, da ist noch ein Datenpunkt, wenn ich den nicht schon habe. Nein, den hatte ich noch nicht. Hier vielleicht noch irgendwo was. Mal schauen. Da ist auch, glaube ich, noch ein Datenpunkt. Ja, hätten wir auch aufgedeckt. Außergewöhnliche Vorratskiste. Hier geht es wohl zur Arena. Wo ist denn die Kiste? Da komme ich nicht hoch. Ich habe gerade gedacht, da sind Feuerblimmer, aber nee. Hier ist auch noch ein Datenpunkt. Und hier vorne haben wir auch nichts mehr, wa? Nö, scheint nicht so. Okay. Dann geht es auf in die Arena. Ein weiterer Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Oh mein Gott. Das ist nicht gerade klein. Okay, da haben wir auch eine neue Rüstung drinnen. Was wäre das hier? Tenakt, äh, Tenaktmarschallin. Okay, ist jetzt aber natürlich nicht so gut wie unsere. Egal. So, starten wir die Arena. Wenn es denn jetzt wirklich dazu kommt. Äh, Tenaktmarschallin. Eloy. Du hast Berge bewegt, um den Himmels-Clan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tekote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil. Andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Dekka an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Okay, es wird also bald zu einem Scharmützel mit Regala kommen. Wir helfen Marschall Kotalo, den Häuptling zu schützen. Wir haben unsere Befehle. Wir werden die Kulrut durchführen. Ja gut, aber komme ich hier nicht vorbei? Die Kulrut beginnt, sobald der Häuptling den befindet. Damals waren die Dinge einfacher. Das ist wahr. Ich denke, ich muss jetzt da hin. Ja, begib dich zur Nordbarrikade. Würde ich gerne machen. Ja, habt ihr ja gesehen. Ich will hier ganz gerne raus. Aber der Zugang ist wahrscheinlich versperrt. Dann komme ich... Ja, irgendwie anders. Darum denke ich mal. Manchmal sehe ich hier auch nicht durch, wenn ich ehrlich bin. Da komme ich nicht vorbei. Da komme ich nicht vorbei. Können wir noch irgendwas aufwerten? Wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Nee, nicht so wirklich. Jedenfalls nicht das, was ich möchte. Die Kul... Wird der Himmelsklan nachher stolz sein können? Da ist noch ein Datenkult. Es braucht mehr als Mut, um heute zu bestehen. Ich hoffe, ich komme hier wirklich durch. Es ist klar, dass Hecaro Regala nicht kürztet. Aber vielleicht sollte er das. Stärke sei mit dir. Da ist Ticote mit seinen Schlägern. Klar. So, aber wo ist jetzt hier der Weg raus? Ticote hat wohl sein Ego zu Hause gelassen. Wenn nicht, muss ich mit dem Häuptling da mal reden. Auf jeden Fall sind wir schon mal näher dran. Ich glaube, das ist hier der Weg, den wir gehen müssen. Da hinten, der ist einfach mal versperrt. Stärke sei mit dir. Ah, wir können mit ihm reden. Stärke sei mit dir. Stärke sei mit dir. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. So, weiter geht's. Ja, okay, das ist unser Weg. Okay, die haben sich hier auch versammelt. Da oben muss ich hin. Wie komm ich da hoch? Was ist das hier? Okay, da sind irgendwelche Stolperdrähte gespannt. Wie komm ich denn da hoch? Da komm ich doch gar nicht hoch. Ah, ja, okay. Die Leiter hab ich nicht gesehen. Ich mach mir das immer viel zu kompliziert. Die Maschinen müssen weg. Denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kuhlrut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regalas hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich. Die Kuhlrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer. Ja. Lass die Beute los. Kämpfer. Tretet vor. Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm. Gedenket der Luft an, so wie sie hier sind. Ja! Da kommen sie! Wehrt sie ab! Verteidigt die Coolroute! Ja, das geht ja ab. Mit der Verwüsterkanone. Am besten gleich auf den Verwüster, wenn's geht. So viel Schuss hab ich hier gar nicht. Ach du Scheiße, ein Flughorn. Aber ich hab ja auch nicht unendlich Munition, wie ich gerade sehe. Also erstmal fahr ich um die großen Maschinen kümmern. Jetzt schießt der Verwüster zurück. Ach, da ist noch einer. Den schaff ich nicht. Er spielt jetzt aber auch keine Rolle. Wir können dem Verwüster ja hoffentlich seine Waffe absprechen. Jawohl, hätten wir gemacht. Oh, Kralle im Schreiter. So, mal gucken, wie mach ich das am besten. Ein Treffer noch. Nutze sie. Nutze sie. Wo ist denn der Angeschlagene? Den hab ich schon gelegt, okay. Ich versuch erstmal vorrangig hier oben zu bleiben. Nimm die Waffe und fang an zu feuern. Äh, ja, würde ich ja ganz gerne machen. Aber ich hab ja keine Munition mehr. Achso, da drüben ist ja noch eine. Hab ich wieder mal nicht mitbekommen, wie immer. Ah, du Scheiße. Ist das ein Grimmhorn oder ein Flughorn? Naja, mir geht's gut. Und hier? So. Ach, du Scheiße. Ein Panzerschnappmaul. Schwachstellen treffen, wenn's geht. Ach nee, das ist ein Rollrücken. Ach, du Scheiße. Der darf nicht bis hier vorne kommen. Sonst rollt ihr ja alle weg. Da wollt ihr den mal auch gelegt. Waren das alle? Ach nee, da ist noch ein Krallenschreiter. Ohne Elfschuss. Mit dem letzten Schuss hätte man gelegt. So, jetzt noch ein gezielter auf den Lünderer. Ja! Das sind doch nicht alle. Da. Was ist das? Ich weiß nicht. Los, aus dem Weg! Haltet die Stellung! Los! Ja! 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 Häuptling! Ah! 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 Hm. Ah! Ah! Los, schnell zur Waffe! Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du! Hey! Genau, hier drüben, du Riesenwurm! Wir müssen das Ding vernichten und Regale einholen. Hoffentlich feuern die Tinnacht ein paar Schüsse aus der Balliste. So, erstmal scannen wir das Ding. Ich weiß nicht, gegen was war der schwach? Achso, wir können ja hier bei Dingsboms gucken. Dann habe ich auch genug Zeit dafür. Und da ist sogar ein Steinbrecher aufgetaucht. Das ist heftig. Gegen was ist der schwach? Feuerfrust und Plasma. Okay. So, dann legen wir uns mal mit dem Schlängelzahn an. Mal wieder muss man ja dazu sagen. Ich versuche dem aber auch was abzutrennen. Und hier nochmal ein bisschen was herstellen. Oh, das war eine blöde Idee. Ich muss auch immer wieder irgendwas herstellen, wenn ich hier gerade angegriffen werde. Kann das sein? Heftiger Scheiß. Wir brauchen Distanz bleiben, wa? Alter Verwalter, das bringt nicht mal was. So, jetzt hätte man erstmal so gelegt. Was sind jetzt seine Schwachstellen? Die muss ich mir mal markieren. Heftiger Scheiß. Jetzt zerlegt ja die ganze Umgebung. So, erstmal alles wieder herstellen, was ich hatte. Oh nein, nicht die Dinger. Wie oft zieht der dann bitteschön das ab? Naja, ich... Gib mir Mühe. Aber ich muss dem auf jeden Fall was abtrennen. Aber das dauert einfach zu lange mit dem Herstellen. So, Abtrennenpfeil bitte rein. So, weiter geht's. Macht zwar nicht so viel Schaden, aber wir müssen nochmal eine Schwachstelle von hier, glaube ich, treffen. So, jetzt, wa? Der war schon mal nicht schlecht. So, versuchen wir mal den geilen Schuss. Astral, das hat er mal reingezeckt. Noch ein paar andere Pfeile. Hört, ob wir Versäure schauen. Wir hätten ihn fast bei den Eiern. Endlich. Ich hasse die Dinger. Egal, es sind da Hikaru und Kotalo her. Ich muss zu ihnen. Ja, das habe ich gesehen. Schnell hoch da. Wir müssen den Häuptling retten. Wie komme ich denn... Achso, hier weiter. Ich wurde entdeckt. Geh zum Häuptling. Los, zum Häuptling. Okay, kümmern wir uns nicht um die. Einfach weiter. Wir müssen bestimmt gegen Regaler kämpfen. Hier wird überall gekämpft. Geh zum Häuptling. Geh zum Häuptling. Da... Das ist noch nicht vorbei! Ich komme wieder mit aller Macht! Und wer dann zu Hecaro hält, wird vernichtet! Stillgestanden! Gut gekämpft! Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschelle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh. Und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehn. Hier ist es. Eka ist unten. Na mal gucken, ob das auch wirklich so ist. Ah ja. Okay. Müssen wir diesmal durch keine unterirdische Anlage. Wäre ja mal toll. Da. Die Konsole. Erst holen wir uns die Datenpunkte. So viel wird es hier auch nicht geben. Ich check das nochmal ab. Ne. Ich glaube, hier gibt es keine. Von da kam ich. Noch mal gucken. Vorratsbehälter waren hier glaube ich auch nicht. Na los, Eta. Zeit nach Hause zu gehen. Na los, Eta. Zeit nach Hause zu gehen. Stelle Original-Count für Eta-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Alles klar. Ist auch ein guter Moment, dass wir dann auch mal wieder zur Basis zurückkehren können. Vielleicht haben wir noch ein paar Ressourcen, um unüberbrückte Maschinen dann endlich zu überbrücken. Ähm, ja, kehre zur Basis zurück. Gut, dafür können wir ruhig mal ein Schnellreisepaket opfern. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich kann da irgendwie nicht hin. Die Visionen im Hain haben sich verändert. Die Worte der Zehen leuchten uns jetzt ein. Hier. Das muss die Vision sein, die Häuptling Hekaru vor Jahren sah. Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter? Veränderte Visionen. Die hier hat Häuptling Hekaru inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nur die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen. Vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft durch die Linse der letzten Zeit betrachtet. Macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschellen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Musik Musik Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hecaro braucht dich. Dank dir hat er neue Marschalle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So, da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Weges. Mach ich, Eloy. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. Mögen deine Feinde... Gut, ich muss Aether zurück zu Gaia bringen. Durch Aethas Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Ja, das könnten wir machen. Flugschreiber, Sammlerin ist da in der Nähe. Und wir haben ja auch noch zwei weitere Questen. Mache ich die jetzt? Oder... Ja gut, die werden ja immer angezeigt. Das könnten wir eigentlich auch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich würde ganz gerne jetzt wirklich hierhin reisen. Und zwar zurück in die Basis. Mal gucken, was wir da freischalten können. Ah ja, genau. Hier wollte ich auch noch mal hin. Mal gucken, ob das geht. Beim letzten Mal ging es ja nicht. Du, lass dich mal ansehen, Fremde. Du bist die Fremde, die sich gegen Regala und ihre Rebellen gestellt hat. Nur, wenn wir uns hier verstehen. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dein Blut zu trinken. Oder was immer ihr Ostländer von uns denkt. Beim Schlachten an der Gesandtschaft ging es nicht um dich. Trotzdem hast du den Marschallen beigestanden. Wenn es nach mir geht, bist du keine Feindin der Tenakt. Aber du wirst Hilfe brauchen, wenn du in den Clanlanden überleben willst. Als Späherin höre und sehe ich eine ganze Menge. Ich kann das mit dir teilen, um dir zu helfen. Das wäre nett. Na dann. Pass auf, wenn du nach Südwesten reist, Streiterin. Die Rebellen haben sich in den Hügeln niedergelassen. Sie würden dir bestimmt gerne ein Grab schaufeln. Danke für die Warnung. Ah, ein neues Rebellenlager. Ich blieb jetzt, ob die Tenakt Hilfe mit den Rebellen brauchen können. Du weißt, dass du ein gutes Geschäft hast. Ja, mal gucken. Hat er was Neues? Ne, hat er nicht. Outfits auch nicht. Gut. Ja, ich glaube, beim letzten Mal konnten wir so wirklich gar nicht mit ihr reden. Das sollte wahrscheinlich erst jetzt passieren. Und wir haben dadurch auch ein neues Rebellenlager freigeschaltet. Ich gucke mal kurz, wo wäre das denn? Auf der Karte anzeigen. Ah, da unten. Ja gut, das können wir demnächst dann in Angriff nehmen. Und wir gehen jetzt erstmal zurück ins Hauptquartier. Und schalten da noch ein wenig was frei. Und ich denke mal, da können wir dann auch diese Hauptquest abschließen. Und vielleicht sogar noch unüberbrückbare Maschinen freischalten, abwarten. Wir schauen uns das gleich mal an. Vielleicht ist Kurt Halu jetzt auch schon da? Bringe Eta zu Gaia. Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Ehrend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Das nennt man Konkassen-Beat-Party oder so. Das nenn ich Musik. Aloy! Ehrend. Es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenaktfreund ist angekommen. Kotalo. Ich hab gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich hab ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut. Wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, hab ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Äh. Oh, äh. Okay. Okay. Oh, ich hab Talana deine Nachricht überbracht. Sie wollte zum Osseram-Lager, dass ihr beide gesucht habt. Im Südwesten. Macht dein Fokus wieder Probleme? Schon okay. Ich kann ihn mir mal ansehen. Hm. Es geht schon, wenn ich ein paar Mal mit dem Daumen draufklopfe. Ich find das ja echt geil, dass jetzt alle hier am Start sind und Ehren sogar Musik hört mit dem Fokus. Eloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Hologramme? Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so unfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Oh, hab ich das schon mal gesehen. Hier hat sich wohl jemand eingerichtet. Wie ich sehe, hast du Wals und Sohs Zimmer gefunden, Eloy. Ich glaube, sie wollten ein Privatquartier. Verstehe. Na, wer hätte das gedacht? So, da ist Kurtalo. Da hinten ist auch das Labor. Der Raum sieht jetzt anders aus. Warst du das, Gaia? Ja, ich habe die Displays umfunktioniert. Du kannst jetzt die Bootstätten verfolgen, von denen du Daten hast. Okay, das ist ja cool. Ah, Kurtalo hat auch einen Fokus und er übt jetzt auch damit. So, wir gucken mal, was wir hier machen können. Überbrückung herstellen. Ja, mache ich. Das können wir auch. Wir können endlich Schnappmäuler überbrücken und auch endlich Verwüster. Breitschlund. Ja gut, da fehlt uns noch was. Brüllrücken leider auch. Brüllrücken. Ja gut, da hätte ich was gehabt, aber das habe ich ja für die Waffe genommen. Aber immerhin, wir haben schon drei Sachen jetzt wieder bereinigt. Der Rest folgt Stück für Stück. So, dann reden wir mal mit Kurtalo. Aloy. Schön, dich zu sehen. Ich schätze, du hast eine Menge Fragen. Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigten mir die Vision, die du hier aufbewahrst, Gaia, und gaben mir diesen Fokus. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na dann, willkommen im Team. Ich sollte los. Du kannst gerne Hecaro und deine Leute besuchen. Die Türen stehen dir offen. Das werde ich. Mögen die Zehn mit dir sein. Ja gut, wir hätten ja Kurtalo jetzt noch über mehrere Sachen ausfragen können. Aber wisst ihr ja, ich versuche ja gewisse oder so gut wie alle Dialoge relativ geschmeidig kurz zu halten. Wir können jetzt auch noch mit den anderen reden. Das muss jetzt zwangsläufig natürlich nicht passieren, aber wir können auf jeden Fall zu Gaia gehen. Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze Äther mit mir. Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. Was ist das denn hier? Gaia? Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drungenbasiertes Bildsystem, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Ich sende dir relevanten Daten an deinen Fokus. Dieses Cyclops ist also ein Netzwerk, das die Verschlechterung in der Biosphäre überwacht. Das sollte wohl auf der Kuppel angezeigt werden, aber die Drohnen sind nicht mehr damit verbunden. Wenn ich die Drohnen in der Wildnis aufspüre, käme ich an ihre Daten heran. Ich könnte die Verbindung und die Anzeige wiederherstellen. Ja, das ist ja nice. Das ist jetzt bei Sammelobjekten freigeschaltet. Bei Questen wahrscheinlich irgendwo unten. Ja, genau. Überwachungsmodule. Eine Drohne hatte ich schon mal gefunden gehabt. Die ist auch auf der Karte markiert. Okay, das ist sowas ähnliches wie mit den Flugschreibern. Da kriegen wir aber keine Waffe für. Hier kriegen wir hingegen schon eine. Und wir haben schon zwei von zwölf Aufnahmen gefunden. Dann platzieren wir mal Älter. Oder den Gaia-Kern vielmehr. So, was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Äluthier-Frequenz. Äluthier? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war? Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Koordinaten? Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Illusia? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Okay, ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Ernd und Val sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist, hm? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Illusia ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Okay, das war die Hauptquest, die Kullroth. Und ja, wir haben mit Sicherheit jetzt auch eine neue Quest. Ich warte mal kurz ab. Habe ich mir schon gedacht. Wiege des Echos oder wiege der Echos so rum. Stufe 30 hätten wir erreicht. Ja, dafür hatten wir auch eine Trophäe bekommen. Und irgendwas haben wir jetzt noch freigeschaltet. Wo war denn das auf der Karte? Kann ich das mal sehen? Im Nordwesten soll das sein? Achso, dafür muss ich die Quest anwählen, ne? Und für diese Quest würden wir wahrscheinlich auch Unterstützung bekommen. Eloy, ich konnte einen weiteren Raum im Hauptwohnbereich öffnen. Gut zu wissen. Ich schaue mir das mal an. Echt, ja? Wo denn? Hier vorne, ne? Ja, das ist ja geil. Wir haben ein eigenes Zimmer bekommen. Okay, ich muss sagen, das wird auch Zeit. So, was haben wir denn alles? Ja, das war der Marschall, der da bei... Wie hieß das nochmal? Zeige ich euch auf der Karte. Der ist hier bei Fahrlicht draufgegangen, genau. Da haben wir das erste Mal Regaler getroffen. Und der Raum dient unter anderem wahrscheinlich auch dazu, dass wir hier gewisse Schlüsselobjekte finden. Oder aufbewahren können. Mein alter Speer. Rost hat ihn mir gebaut. Als mein Training beendet war. Scheint er eine Ewigkeit her zu sein. Ja, das ist schon eine Weile her. Den guten Rost haben wir ja auch in einem Rückblick noch am Anfang gesehen gehabt. Ich frage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch, da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Ja, das ist eine gute Idee. Und ich bin mir sicher, wir finden noch weitere Schlüsselobjekte, je nachdem, was wir dann halt auch aufdecken in der Welt. So, reden wir mal mit Ehrend und Wahl. Da ist sie ja. Kann es dann losgehen? Gehen wir. Schau uns an. Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Abschaum. Abschaum. Was ist das? Was zum Henker? Was zum Henker? Ist das zu fassen? Wahl, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Seine. Nun, es gibt offenbar noch mehr Seen jetzt, als wir dachten. Du hast tatsächlich einen besiegt. Hätte es fast nicht überlebt. Tja, das ist sehr heftiger Scheiß. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das Signal nicht von einer Unterfunktion stammt. Das wird 100 Pro eine Falle sein. Sonst wäre diese Seine nicht hier. Aber gut, da müssen wir wohl mitspielen. Und wir haben auch 5 Fertigkeitspunkte. Mal gucken, wo ich die investiere. Schwere Waffen erstmal noch nicht. Hohe Konzentration. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Power-Schüsse auf jeden Fall auch. Aber darum kümmern wir uns dann später. Dreifach-Schuss auch richtig geil. Aber jetzt noch nicht. Wir werden hier unten noch versuchen, die ein oder andere passive Fähigkeit freizuschalten. Ich möchte auf jeden Fall irgendwie zur Munitionsexpertin kommen. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Toll, jetzt reichen die Punkte nicht mehr. Ah, das ist für einen Bolzenschießer. Was ist das? Schwere Waffe? Nee, wollen wir ja nicht. Und hier oben haben wir schon alles. Okay, mit den zwei Punkten kann ich leider nichts anfangen. Hier habe ich schon alles verbessert. Okay, ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal. Wir sparen die Punkte auf. Aloy ist kalt. Ich mache eine kurze Pause. Wir wären erstmal am Ende dieser Folge. Und in der nächsten Folge setzen wir dann die Hauptgeschichte weiter und verfolgen die Spur der Zinef. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wenn ihr wollt. Dann schaltet auch zur nächsten Folge ein. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und bis zur nächsten Folge von Horizon Forbidden West.